Hallo und herzlich willkommen zurück zur Amüsiertablette mit eurem Rockbock und fullblast. So, wir wollen heute noch ein bisschen, wir waren jetzt schon im 2D Level, das letzte Video war etwas kurz gewesen und es lag mit meiner Umgebung zusammen, aber das wollen wir jetzt nachholen, wir wollen ja schließlich weitergucken und mal schauen, was uns da noch so erwartet. Und da geht es auch schon los. Da kommen auch schon die Läden. Natürlich wieder Extrems aufpassen, dass man hier nämlich erwischt wird von der Zivier. Die können hier natürlich sehr sehen. Es ist echt schwierig, die es zu googeln, weil sie so weit gehen. Man hat das Gefühl, die sind überall. Und das jetzt wahrscheinlich noch geht, ich will gar nicht wissen, wie das in Erhung geht, am vierten, fünften, sechsten oder sieben da wird. Aber ich war falsch eigentlich total erworben. Aber lassen wir uns da einfach mal überraschen. Ich bin so hartnäckig hier. Ich bin so hartnäckig hier. Ich bin so hartnäckig. Ich bin so hartnäckig. Ich hab das nicht gemacht. Ich hab die ganze Auflage. Ich weiß was, man kann halt nur wie ein Schild kriegen. Habe ich jetzt die ganze nicht gesehen. Oben links, zur Erinnerung, meine NID-Anzeige. Und jetzt meine Super-Waffe. Naja, was ist Super-Waffe? Ah, Leute, mehr. Ich kann mal ein bisschen Action machen. ... ... ... ... Ab jetzt geht das noch einiger. Es ging jetzt noch relativ leicht zu zerstören. Aber ich werde es natürlich zwischendurch trocken. Ich werde einfach nur machen. Oh, wieder ein Upgrade. Korrekt, junge Leute. Ein Extra-Leben. Mein allerliebst. Extra-Leben nehme ich doch immer mit. Mit so einem Drehrschuss kann man richtig schön austeilen. Jetzt haben wir sogar... Oh, was haben wir denn jetzt hier? Ich muss natürlich nur aufpassen, dass wir jetzt nicht antratzen. Das wäre äußerst fatal. Oh, bis jetzt sieht es ganz gut aus. Ich werde es wohl nicht mehr in Korrele geben, aber... Ich verstehe da gerade Mega-Arbeiten. Mega ist schon gut. Hauptsache Mega. Ja. Ah, ich habe so etwas gehabt. Damn. Das ging jetzt schon wieder ein bisschen lang. Durch die neuen Wochen. Weil es jetzt effektiv sind. Was natürlich tragisch ist, weil... Wow, 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 was geht mir jetzt auf 10 Meter? Wow, schade. Das ist jetzt natürlich richtig schade. Das ist jetzt natürlich richtig schade. Das sieht doch gerade richtig geil. Schuss am Start. Ich bezweifle ganz ehrlich, dass wir jetzt noch viel schaffen. Zum Pipi-Strahler. Was groß ist, na klar. Was groß ist, na klar. Fuuuuck, es ist noch... Ich muss noch zugehen, es ist schon sehr spät. Aha, wir werden jetzt mal hier eine kleine Superwaffe loslassen. Oh ja. Hat das überhaupt was gebracht? Wie viel Leben hat der Typ eigentlich? Wissen wir auch nicht, ne? Steht nirgendwo in der Anzeige. Der hört einfach mal ordentlich. Dann verrägt der Typ. Wer wahrscheinlich genug Leben abgezogen hat. So, jetzt ist die Tochter gleich wieder aufgehaben. So, wie wie der andere Vieh. Die Kamera auf immer von rechts im Blick war ich. Ah nein. Hier sind die Freunde sicher bloß auch. Das war's. Sehr schön. Hast du gut gemacht. Wir müssen uns bei. Genau, Leute. Go, Go, Power Rangers. Und halt das für ein anderes Spiel. So. Jetzt gibt's die nächsten Koordinaten. Und ein neues Level. Aber das seht ihr dann in der nächsten Folge. Wenn das heißt, ob es die Tablete spielt, full blast. Bis zum nächsten Mal. Das geht's. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.